Am Abend noch Berlinale Glamour, am nächsten Morgen Bundeskanzleramtsflair. Hollywood-Star George Clooney und Ehefrau Amal zu Gast bei Angela Merkel. Im exklusiven Bild-Interview verrät der 54-Jährige, worüber er mit Merkel sprach. Angela Merkel hat zu Beginn der Flüchtlingskrise den Satz, wir schaffen das, gesagt. Wie ist die Stimmungslage jetzt und worüber haben Sie mit ihr gesprochen? Ich denke, dass sie das noch immer glaubt und aber auch denkt, dass noch viel Arbeit ansteht. Deutschland tut schon sehr viel, muss auch noch viel tun. Ich denke, dass sie überwältigt ist von der Arbeit, die noch bevorsteht. Viele Länder, vor allem europäische, müssen ihre Arbeit beschleunigen und sie haben das bisher nicht getan. Die Vereinigten Staaten haben bisher einen schlechten Job geliefert, vor allem was Soforthilfe angeht. Das müssen wir verbessern. In Amerika befinden wir uns gerade in einer politischen Phase und hören viele Extreme. Es gibt Forderungen, Muslime nicht ins Land zu lassen, was nie durchgesetzt werden wird. Aber die Thematiken, die angesprochen werden, sind nicht hilfreich in dem Dialog, den wir eigentlich über Flüchtlinge führen müssten. Das wird besser werden. Das ist nur Teil der Verrücktheit, die ein Wahlkampf mit sich bringt. Im Gespräch mit Kanzlerin Merkel haben wir vor allem diskutiert, was wir als Individuen tun können. Sie hat sehr liebevoll über die ehrenamtlichen Helfer gesprochen und betont, dass nicht nur die deutsche Regierung sehr hart arbeitet, sondern vor allem die Menschen. Das deutsche Volk ist ein Leuchtturm der Hoffnung für Millionen von Flüchtlingen, die hierher kommen. Sie kommen nicht hierher, um Schnitzel zu essen. Sie kommen hierher, weil sie sterben und weil ihre Kinder sterben. Sie wollen leben. Die Arbeit, die Deutschland leistet und hoffentlich in Zukunft leisten wird, ist beispielhaft. Großartig. Sie haben Ihren neuen Film Hail Caesar mit den Coen-Brüdern gedreht. Sie haben auch mal gesagt, dass Sie jedes Projekt dieser Regie-Genies annehmen würden, ohne das Drehbuch überhaupt gelesen zu haben. Was, wenn Sie jetzt das nächste Projekt unterschreiben und da steht auf einmal im Drehbuch drin, dass Sie Donald Trump spielen sollen? Ich müsste mir erst einmal Haare implantieren lassen. Die Coen-Brüder lassen mich in jedem Film einen Dummkopf spielen. Ich habe in ihren Filmen schon vier davon gespielt. Warum also nicht noch einen fünften Schwachkopf? Das wäre doch perfekt. A knucklehead. Und so, at first it was my trilogy of knuckleheads. Now I've done four knuckleheads. So why not do five knuckleheads? I think it would be perfect.